liebe leute hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von agar und zwar an diesem wunderschönen entspannten montag beziehungsweise für euch an diesem wunderschönen entspannten dienstag ich denke mal ich werde diese folge am dienstag releasen denn ich glaube ich habe noch irgendwo eine folge agar rumfliegen so ein bisschen in der vorproduktion so einen tag den muss ich ja mittlerweile haben weil ansonsten kriege ich das zeitlich nun mal nicht geschissen schön ausgerückt nicht wahr finde ich auch also was haben wir denn hier überhaupt für ein chaos erstmal ist hier totales chaos das beschreibt es eigentlich schon ganz gut irgendjemand ist auf platz eins das ich gerade nicht lesen kann welche erstmal punkte sammeln möchte what is love da vorne dodge wieder unter uns nachschön 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 japan japan ist auf platz vier irgendwie habe ich gerade so ein bisschen an dick figures gedacht bei dieser wort konstellation an den waschbären stimmt das war das keine ahnung egal wie auch immer da vorne ist jemand wieder mit dem dollarzeichen davon schwebt ein herz rum und daher der da unten hat sich aufs wesentliche beschränkt nur aufs dollarzeichen pädobär da vorne will uns fressen hat sich dann aber wieder mal erledigt gott sei dank sind wir gerade noch so vor der nase weggekommen der nickname namens nick fliegt da unten rum und wir sind natürlich heute wieder mal im grandiosen wie könnte es anders sein wunderschönen sexy pink ist doch pink ja ist es glp tv das kann man jetzt interpretieren entweder ist es tatsächlich glp oder ist es nicht also ich habe keine ahnung nickname kann sich ja sowieso jeder wie er möchte deswegen bin ich immer recht wenig vorschnell was so namen angeht und dann zu sagen das ist direkt irgendwer aber gut wie auch immer zwack bitch übrigens auch ein schöner name warum auch nicht german canadian ist auf platz nummer acht wo das lauf auf neun team mobile oder bei auf zehn und wir könnten origin fressen oder wir haben origin gefressen sehr gut jetzt bringen wir nur noch scheiß spiele raus die vollkommen überteuert sind und 12.000 überteuerte dlcs rausbringen ups das war ein bisschen fällt oder ups passiert war ich nicht hat keiner gesehen schneide ich raus oder so keine ahnung hier so black screen buf black screen bus austria können wir fressen aber dann kommt tic wobei über den nanananana hätte ja fast klappen können ist mit mir ist aber egal london ist hitler nein von hitler lassen wir uns besser nicht fressen irgendwie passt mir das nicht so ganz und hier sind wir ganz viele ganz 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 viele punkte irgendwie habe ich da immer das gefühl wenn man klein ist gibt es mehr punkte als wenn man groß ist das macht zwar absolut kleinen sinn aber Zumindest habe ich immer das Gefühl, dass das so ist. Jay verfolgt uns, welcher Jay auch immer das jetzt wieder ist. Und Moon ebenfalls. Moon hat es auch wieder so ein bisschen auf uns abgesehen, habe ich so das Gefühl, oder? Ja, ja, nein, nein, ich möchte hier weg. Kann ich bitte hier weg? Also kann ich hier also, hallo, hallo, kann ich, also bitte, danke. Nein! Der Ugly hat uns alle gefressen. Also irgendwie läuft es heute, ne? Also irgendwie ist es vor allen Dingen jetzt um die Zeit ziemlich voll. Man muss dazu sagen, wir haben 13.46 Uhr im Moment. Am Montag. Und ich nehme das Ganze hier gerade in meiner Mittagspause auf. Ja. Andernfalls hätte ich für morgen keine Folge, weil ich nicht weiß, wann ich heute Abend nach Hause komme und so weiter und so fort. Also irgendwie, also irgendwie muss ich hier mich... Bidruino Poland, da unten. Reddit, Dort und Spark of Chaos. Spark of Chaos, okay, warum nicht? Irgendwie muss ich das hier im Moment sehr improvisieren. Aber wie gesagt, das wird sich ja bald wieder ändern. Scheiß Vertretung, was passiert? Was ist das da oben? Es ist einfach nur groß und grün. Da unten ist ein Unnamed Cell, für wen auch immer. Wir verstecken uns mal ganz kurz. Spark of Chaos, sieht uns nicht. Wir sind weg. Sehr gut. Und wow, da hat sich einer natürlich jetzt gerade an dem Teil, hinter dem wir uns versteckt haben, ganz schön gestoßen, sag ich jetzt mal. German Canadian, diesmal sehr, sehr groß. Da könnten wir Reddit essen. Ey, wir haben tatsächlich sogar die Hälfte von Reddit gegessen gekriegt. Ist ja genial. Finde ich gut. Finde ich gut. Damit werden wir zumindest mal, ich sag mal, damit werden wir zumindest mal wieder ein Stück weit größer. Nicht so groß wie das Grüne da rechts, aber immerhin. Wir werden wieder ein Stückchen größer. Und hier sind immer noch ganz viele Punkte. Können wir Hitler essen? Nein, können wir nicht. Pups, aber dafür das, was uns da gerade eben entgegengekommen ist, was ich nicht mehr lesen konnte, weil er schon zu schnell tot war. Zweck Bitch verfolgt Hitler. Der Ugly. Nein, ich bitte nicht nochmal fressen. Habe ich keine Lust drauf. Oh, das Grüne könnten wir essen. Ich könnte mich jetzt nach dem Aufsplitten, aber das lohnt sich einfach nicht. Ich habe so das Gefühl, dann würde ich eher von irgendeinem Großen gefressen, weil ich möchte mich einfach nicht aufteilen. Gerade im Moment ist mir das zu unsicher. Fupp, aber bei dem hat sich zu viel gelohnt. Entschuldigung. Ist auch übrigens praktisch, ne? Ich erzähle gerade, was ich nicht mache und dann drücke ich in dem Moment auf Leertaste, wenn ich das sehe. Mein Gott. Premium. Und jetzt möchte ich schon wieder zusammen in meiner panischen Angst. Dead in my belly. Keine Ahnung. Bleas Kite. Bleas Kitt. Schießt da so ein bisschen auf diese grünen Teile. Und dann möchte wohl jemand... Alter, dieses Ruckel. Möchte wohl jemand es auf meine zweite Blase absehen. Das kann man jetzt ein bisschen interpretieren, aber trotzdem. Pupp. Erstmal wieder zusammen. Sehr gut. Irgendwie fühle ich mich sicherer, je größer ich bin. Vermutlich, weil man daraus auch sicherer resultiert. Aber gut. Und natürlich als ganz Kleiner hast du nichts zu verlieren. Das ist sowieso das Safeste. What is Love wird das vermutlich recht sein, wenn ich so auf die Liste gucke. Putin. Kann man auch so schreiben, wer es möchte. Dollarzeichen da vorne. Ey, das ist hier aber echt... Ich habe so das Gefühl, hier sind echt gerade verdammt viele Leute sich am Betteln. Haben so viele Leute Freizeit um die Zeit? Ich weiß ja nicht, was die Zielgruppe dieses Spiels ist. Also welche Altersgruppe dieses Spiels spielen. Vermutlich einfach alle. Ich meine, ich spiele es genauso wie irgendein... Oh, ich glaube, ich werde sterben. Nein, ich werde sterben. Nein, ich werde sterben. Nein. Wie irgendwer. Das wollte ich eigentlich noch sagen. Aber gut. Okay. Mist. Passiert. So, ich muss jetzt auf jeden Fall so gerade erst mal noch essen gehen. Zumindest nicht mehr irgendwas zu essen. Zusammen suchen wir. In der Kantine gibt es wieder nur Kaffee. Sauhaufen hier. Egal. Wie auch immer. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Oder in einer der nächsten Folgen wieder. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.